Ich bin Dan. Ich komme aus Serbien. Ich bin total glücklich. Ich bin sehr glücklich und kann mich mit dem Team beginnen. Was wissen Sie über Eintracht und Frankfurt? Frankfurt ist ein sehr großer Klub, eine sehr große Familie. Über die Stadt weiß ich wirklich nicht, aber ich habe es gelernt. Was war DECISIVE für Ihr move to Eintracht Frankfurt? Ich war immer in love with German football. Wie beschreiben Sie Ihre größte Strat? Ich kann es auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite oder auf der Seite. Es ist egal, ich habe ein Gefühl. Du folgst Eintracht Frankfurt? Natürlich, ich weiß fast alles über die Klub und andere Gings. Du sprachst über Eintracht mit deinem Freund oder mit deinem Kollegen? Ich weiß ein paar Serbiener Spieler von Frankfurt. Ich bin in Frankfurt und ich bin in Frankfurt. Und ich bin über das. Was sind die Gäste? Die erste Gäste in der Welt. Ich habe die Gäste in der Welt. Ich habe die Gäste in der Welt. Ich habe die Gäste in der Welt. Mein hochwertiger in Schiff, Ich habe ihn gewut és Schiff Blumenau über Gemeinde. Ich habe ihn im puisquedeEst prednis von дер Wei! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020